Mama sucht Geschenke für Papa und Schnickschnack für unsere Villa in New York. Das war echt stressig. Gestern waren wir in Paris. Mama dachte, das wäre schick. Echt öde war das. Aber heute waren wir an einem wunderschönen Ort. Alles hat geglitzert. Bling, bling. Und die Verkäuferin war wie ein Engel. Da gibt es Schmuck für Prinzessinnen wie mich. Und Mamas Lieblingsporzellan. Da habe ich sogar den Froschkönig getroffen. Und die Gläser, die aussehen wie in Märchen. Die haben Lampen. Die funkeln wie im Schloss. Jepp! Die wird Papa mögen. Mama meinte, wir sind in der Villa Ambiente in Borscheid. Aber ich glaube, sie hat geschummelt. Wir waren im Himmel. Und echt jetzt, Mama. Ich glaube, im Himmel ist in Borscheid. Davon träumen Prinzessinnen. Das war er man. Ich glaube, es ist ein bisschen gut. Und das war er. Ich glaube, es ist ein bisschen die Musik. Ich bin sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020